Die Sorge ist groß. Seit Jahren macht Ingrid Steger vor allem mit gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen. Nun hat sie zudem stark an Gewicht verloren. Sie war die freche Blonde aus der Klimbim-Familie. Als Tochter Gabi verdrehte Ingrid Steger in den 70er Jahren den Männern vor den Bildschirmen den Kopf. Ihre Auftritte als Nummerngirl in Strapsen bleiben auch ein halbes Jahrhundert später unvergessen. Doch während Klimbim am 24. Juli 50-jähriges Jubiläum feiert, macht die Schauspielerin mit besorgniserregenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Ingrid Steger soll laut Bild-Zeitung nur noch 35 Kilo wiegen, bei einer Größe von 1,59 Metern. Die 76-Jährige wohnt mittlerweile in einem Pflegeheim. Der Ingrid geht es schlecht. Immer mal wieder bekommt sie Besuch von alten Freunden. Auch Rolf Löbig besuchte Ingrid Steger und macht sich nun große Sorgen. Ich habe jetzt immer einen schwarzen Anzug im Auto. Der Ingrid geht es schlecht, so der 80-Jährige zu Bild. Sie wiegt ja nur noch 35 Kilo, glaube ich. Außer Krebs hat sie wirklich alles. Der Klimbim-Star sei bettlägerig. Man kann sie nur in den Rollstuhl setzen. Es ist ein Jammer. Im Pflegeheim würde man sich jedoch rührend um sie kümmern. Vor allem der Körper würde der Schauspielerin zu schaffen machen. Die ist ja nicht blöd, sondern helle im Kopf. Sie kann sich aber nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr laufen. Auch Ingrid Steger spricht über ihren Gesundheitszustand und bestätigt die Aussagen ihres Freundes. Es geht mir schlecht. Ich kann nicht mehr laufen. Ich will es wieder lernen. Ich habe stark abgenommen. Ihren letzten Auftritt hatte sie im vergangenen Jahr. Schon da war Ingrid Steger sichtlich angeschlagen. Anfang 2020 hatte die Schauspielerin bei einem Spaziergang einen Herzstillstand erlitten, musste wiederbelebt werden. Seitdem lebt Ingrid Steger mit einem implantierten Defibrillator, der ihren Herzrhythmus kontrolliert.